Das ist so dumm, naja. Ja, das ist schon die Nachspitze an wegen des Bahns, die haben wir da jetzt. Und das hat sich das 1.0. Unglaublich. Unglaublich. Ich hoffe, dass Christian sich jetzt nicht verletzt hat. Und ein Herr Tana liegt auch noch. Ja, Nico Schäfer auf dem Rasen. Ja, tatsächlich, nur 2.1. Das war's. Das war's.